Musik Muss ich jetzt irgendwie... Muss ich da rein? Ich weiß gar nicht. Wo muss ich hin? Muss nicht irgendwo... Außenbereich... Außenbereich... Kerker... Kerker... Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Soll ich das? Ich weiß nicht. Wir gehen einfach mal rein gucken. Mal sehen, was passiert. Wir gehen ja sowieso mal hin. Ich sehe nichts. Immer stehen sie alle im Weg. Noch weiter runter, alles klar. Ist gar kein Problem. Machen wir. Halt, alle stehen bleiben sofort. Nein, so. Nein, was tust du denn? Du sollst dir... Ähm... Hä? Hast du die jetzt schon... So. Ja gut. Ah, okay. Jetzt. Hi. Aua, das tut weh. Lass das. Kommt ihr mit? Hallo? Ich mach das schon. Kein Ding. Hallo? Gar kein Ding. Ich mach alle fertig. Vor allem den hier. Kommt ihr jetzt mal irgendwen angreifen, bitte? Das ist doch nicht wahr. Was machen die denn da hinten? Schau mal, das reicht. Und noch einen. Wie viel davon können wir nehmen? Achso. Okay, dann nehmen wir einen davon. So, jetzt aber. Und ihr kämpft jetzt da, ja? Gut. Mensch, du. Lass das. Sehr schön. Wie kannst du es warten? Ja, echt? Was denn? Jetzt reicht's aber! Vertrügel dich! Nee, Vertrügel. So. Jetzt aber! Wieso bleiben die da hinten stehen? Ich glaub's ja nicht. Was stehst du denn immer noch da? Hä? So rum. Dann hatte ich das doch schon ausgemacht. Wieso sind die denn da stehen geblieben? Warte, hier ist keine Tür, ne? Nur Drehs machen die. Okay, da kann ich rein. Hier ist nichts. Äh, hier ist ein Knochen. Ja. Da wer drin? Keine Ahnung. Schlüssel erforderlich. Gut. Dann müssen wir mal schauen, ob wir den Schlüssel vielleicht noch kriegen, hä? Hallo? Das ist nur ein Raum. Gut. Dann gucken wir mal hier überall. Hallo? So. Ein bisschen, äh... Ab hier lag ich auch immer im Keller. Jetzt hätte ich beinahe wieder mit Stan geredet. Die laufen einem immer in ihr Maus irgendwie. Das ist nicht so schön. Ja. Ne, sind nicht. Genau, so einen Eisenring, den lagern wir auch hier. Wahrscheinlich irgendwer für seinen Liebsten versteckt oder sowas in der Art. Und wir nehmen ihn einfach mit. Huch! Wo kommst du her? Wird erledigt. Ja. Ja, okay. Die anderen sind wahrscheinlich hinter der Kurve hier. So, können wir hier mal wieder aufladen? Eben? Ne? Meine Güte, das geht zu langsam. Oh! Da ist aber gar keiner. Okay. Hi ihr! Ich habe immer noch keine Bombe, ne? Aber ich kann hier meine Klinge vergiften. Und ich kann, äh... Wozu? Das ist ja Quatsch. Und gleich einmal einen Rundumschlag. Der Hund! Wage es nicht mich anzurühren, Hund! Kannst du mal weitermachen hier? Da hört dir einfach aus drauf zu hauen, haste? Unfassbar. Hier, weiter! Hier ist noch ein Hund. Sehr gut. Mensch, Schnee und Küche, ne? Na, warte! Hilfe! Oh Gott, oh Gott! Das ist nicht gut. Wieso? Stan? Wieso kommt Stan jetzt hier hin? So! Wer ist das? Was ist das? Wo kommt ihr alle her? Oh Mann! Was passiert denn hier? Wo kommen die denn alle her? Kannst du mal eben was nehmen, bitte? Und Stan, dir geht es nicht so gut. Schauen wir das noch? Wahrscheinlich nicht. So, und wir nehmen... Wo sind wir? Da! Wir nehmen auch mal was. Hm, Stan, das wird wohl nichts mehr, hm? Doch, es hat geklappt, Stan! Wir nehmen mal direkt noch was. Doch! Sehr gut! Einen am anderen! Wir machen das schon! Doch, nächst doch! Oh! Oh, Zephryn! Was passiert? Warte mal! Äh, hier! Du solche Dinge! Ach, dieser Magier! Einen Moment! Äh... Irgendwas stimmt nicht mit dir, Stan! Irgendwas stimmt nicht mit dir! So! Können wir jetzt mal bitte alle... ...alle den Magier vermöbeln? Geht das? Halt! 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 Der muss ja erst! Jetzt nimmt er das wieder nicht, ne? Mann! Nein, du doch nicht! Das ist ein sehr schwieriger Kampfgrad. So! Ich bin... Was bist du? Bereit! Schön! Ach, warum ist das? Lass die anderen das mal machen! Hast du nichts zum Heilen? So! Bisschen besser jetzt, hm? Hör auf, hinter meinem Stand herzurennen! Oh oh! Das ist nicht gut! Okay, du kümmerst dich um den! Was haben wir denn hier noch? Mach mal das! Wird knapp! Wird knapp! Aber okay! Wir schaffen das schon! Oh! Jetzt ihn noch! Dann haben wir's! Sehr gut! Nichts fliehen! Also wir vielleicht, aber... Ach, jetzt geh doch mal an den Rand hier! Ah! Wir haben es gleich geschafft! Stunden später. Oh, schon wieder ein Kampf. Ja, Morgan, das hast du aber früh gemerkt. Meine Güte. So. Müsst ihr jetzt hier Verletzungsgedüns? Ja, hier. Du hast einen gespaltenen Schädel. Das ist nicht so gut. Was hast denn du? Bluthusten. Ja, das klingt auch nicht so lecker. Nimm auch mal was dagegen. Das ist bestimmt gut. Was für den Stress. So. Gehen wir mal hier reingucken, was wir hier so haben. Nicht viel. Riesenraum für nichts. Gut, nichts ist auch übertrieben, aber für wenig. Hier in den Säcken ist noch nicht mal was drin. Hier ist noch nicht mal ein Hund drin. Nichts. Na gut. Die sind hier alle rausgekommen einfach. Als wir hier angefangen haben zu kämpfen, sind die alle rausgekommen. Wo ist es mir jetzt warm? Also nicht, dass es mir vorher frisch war, aber jetzt ist es mir noch wärmer. Ja. Ja, kannst du mal sehen. Schild. Was ist denn mal hier? Ein großes, Hölzernes Schild. Oh Gott. Was hast du dabei, Magier? So. Dann sind die jetzt an der Reihe hier. Hi. Was ist denn hier los? Wieso? Wieso sollte man das tun? Ganz ehrlich. Ich meine, das ist ein Kerker, aber wieso sollte man hier Leichen aufhängen und so? Noch mehr Gegner. Vor allen Dingen das hier. Was hat das denn bitte für den Sinn? Ach, ihr seid voll Terra. Das ist dein Ende. Jawohl. Und ob. Äh. Muss hier. Da. Die brüllen ja synchron. Das ist ja schick. Äh. Gut, dass wir hier mittendrin stehen. Das ist immer gut. Gar kein Problem. Können wir lieber gegen den das. Äh. Was für ein Durcheinander. Der hat was dabei. Und der hat was dabei. Oh ja. Der hat auch noch was dabei. Das ist der Oberfolterer. Ein Säurefläschchen. Oder mehrere eigentlich, ne? Wie viel war es denn jetzt? Keine Ahnung. Aber dann können wir endlich mal wieder Dinge irgendwo hinwerfen. Lasst mich nicht hier. Befreit mich. Das ist ein Befehl. Ein Befehl. Gut. Wenn du meinst, in deiner Situation Befehle geben zu müssen, dann gucke ich mich hier erst mal um. Du hast... dir fehlen Dinge. Oh Gott. Fehlen. Kann er auch später wieder kommen. Was ist das hier eigentlich? Bier? Eine gelogene Foltererei. Ja, okay. Guck mal. Sollte das eine Lektion sein? Fand es mein Vater amüsant, mich so lange im Stich zu lassen, bevor er uns schickte? Wer bist du denn? Nein, es sei denn, neuer Vater ist Al-Emen. Ihr reist in illustrer Gesellschaft. Ich bin Oswin, der Sohn von Ben Seagard aus dem Benoan Drachengipfel. Wenn ihr keiner unserer Soldaten seid, dann sagt mir, wem ich meine Rettung verdanke. Ich bin Pseudonymer von den Grauen Wächtern. Ich bin Pseudonymer. Ich bin hier auf Geheiß des rechtmäßigen Königs Alistars. Mal aussagen. Spielt keine Rolle. Sag mir nur, warum ihr hier seid. Also entweder wir sagen jetzt hier, guck mal, Alistar ist total toll oder wir sagen hier, hier sind die Grauen Wächter, die sind total toll. Was sagen wir denn jetzt? Na komm, wir stärken Alistar mal den Rücken. Bastard? Dann ist mir klar, warum ihr hier seid. Denn der Thronanspruch eures Freundes ist eine ernsthafte Bedrohung für Loghains Herrschaft. Ich danke euch. Und mit mir vermutlich das gesamte Benoan Drachengipfel. Naja. Wenn mein Vater niemanden geschickt hat, muss ich annehmen, dass er das wahre Gesicht der Schlange noch nicht kennt, mit der er sich verbündet hat. Aber wenn ihr mit ihm sprecht, würde er euch gewiss jede Belohnung gewähren. Ja, dann würde ich sagen, wir reden noch mit ihm. Ich will nur Informationen. Ich weiß nicht, ich habe ziemlich viele Fragen. Wird sich euer Vater beim Landhing gegen Loghain stellen? Na gut, können wir halt nicht alle Fragen stellen. Aber das wäre ja, ne, das, äh, bestaktualisiert. Berichte, wenn Sie von der Gefangenschaft. Ach ja, da war ja was. Glaube ich. Ich glaube, da war was. Ich erinnere mich, dunkel. Okay, gut. Schön, dass wir das gemacht haben. So. Hier geht's weiter. Ja. Ja. Da. Hi. Oh, warte, da muss ich hin. Ich weiß aber gar nicht, ich wollte aber dann vielleicht, warte ich mal wieder zu. Nee, geht nicht. Na gut. Sag denen doch nicht immer, dass sie abhauen sollen. Was für Spielchen? Das machen wir noch. Und das machen wir. Lass mich rein, lass mich rein. Ach, warte mal, meine, meine. Das sieht ja schick aus. Dass man das hier so, ne, dass man hier so einmal rumgucken kann, finde ich schon toll. Du hast einen ganz schönen, schiefen Arm. Was ist mit deinem Arm? Okay. Gifte. Äh, vergiften. Vergiften Dinge. Also. Ja. Stopp. Jawohl. Schau doch mal richtig zu mir jetzt. Möchtest du deine Würde bewahren und deinem Leben selbst ein Ende setzen? Zuschauen. Das fragst du einfach so? So, da drin ist jetzt jemand, den ich... Okay, warte, wir gehen erst mal. Oh, Schlüssel zum unteren Gefängnis. Jetzt kommen wir da rein. Das ist ja schön. Äh, ja, alles neben, warte mal. Wer ist denn jetzt hier? Ah, so jemand. Wieso sind die denn alle hier? Was ist denn mit diesem Hau? Hat der einen Hau oder was? Ne, ihr wisst schon. Hexel, bist du's? Sie befahlen den Rückzug. Das Horn ertönte und wir wandten uns ab und dann diese Schreie. Wir ritten und sie schrien und schrien und... damaging sie auf den Leuten. Mutter, riechst du das Blut? Sie sagten, es war nur die dunkle Brut, aber wir haben sie auch gegessen. Ah, okay. Das erklärt so einiges. Alles klar. Sie sind tot und wir haben sie zurückgelassen. Im Sumpf! Die Hexe! Die Hexe! Maugen hat da was damit zu tun? Glaubt ihr, er hat dort wirklich meine Mutter gesehen? Oder beschuldigt er sie nur in seinem Wahnsinn? Ihr seid freigeht an einen sicheren Ort. Ich weiß echt nicht, was ich mit dem machen soll. Das ist doch echt... Wir können ja jetzt nicht umbringen, oder? Also, ja, guck mal, der wird schon wieder, hoffe ich. Gab es da einen Psychiater? An einen sicheren Ort? Wo? Vielleicht nebenan? Ähm... Bin mir unsicher. Sind sie in der Nebenzelle? Nein. Da ist er auch nicht. Was? Ich äh... Puh, okay. Ja, wir haben ihn jedenfalls gefunden. Das ist doch fantastisch. Okay, wir gehen einfach weiter und äh... Hi! Was haben wir hier? Heile! Heile und Geld. Haben wir noch was? Ein Buch vielleicht? Nein. Also, manchmal ist dieses Spiel echt ein bisschen sehr dramatisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Gut, dass du zwischendurch speicherst. Das finde ich Sinn. Okay, wer ist denn da? Ah, okay. Hier geht es wieder hoch. Was haben wir hier? Dafür brauche ich wieder einen anderen Schlüssel. Na gut, dann gehen wir da rein. Dann, äh... Brrrr! Okay. Mit Tageslicht. Das ist ja toll. Dann gehen wir jetzt da rein und äh... Sieh an der graue Wächter. Ich muss sagen, es überrascht mich, dass Eamon euch in mein Schloss spazieren und meine Männer ermorden lässt. Hat er den Glauben an die Überzeugungskraft seines Lantings verloren? Niemand will hier eine Mauer bauen. Nein, warte, falsch. Äh... Ich durchscheue euer Spiel, aber genug der Worte. Ich bin wegen Anora hier. Was plant Login? Redet! Ach, der Red ist sowieso nicht. Dann hat euch diese verräterische Schlange also um den Finger gewickelt. Anora liebt Spiele. Ich hätte nur nicht erwartet, dass sie mit euresgleichen spielt. Ihr hättet gehen sollen, als ihr die Chance hattet, Wächter. Ihr hättet euch nach Anderfels zu den Euren davonschleichen sollen. Dieses Lunting ist eine Farce. Login wird triumphieren und ihr werdet sterben. So ein Widerling. Bäh! Okay, alle müssen den töten. Sofort. Lass mich vorbei! Oh, da ist ja noch einer. Ach, du lieber Gott. Okay. Kriegen wir hin! Wollen wir unsere Punkte zählen? Ja, machen wir! Oh Gott. Stan, was stirbt denn nicht mit dir? Wieso stirbst du denn? Oh. Okay. Komm, das kannst du auch! Was machen wir denn mit dir? Den Bären vielleicht? Wenn du mir in die Quere kommst! Nur einmal! Oh, das wird knapp. Warte. Nimm das! Oh Gott. Wir könnten mal... Maulgen, du bist aber hübsch. Das ist sogar ein verderbter Bär. Guck mal hier Dinge. Ich hoffe, du kannst alleine angreifen. Muss gucken, was Maulgen macht. Das sieht aber gut aus. Okay, Maulgen. Oh Gott, ich hätte andere Leute mitnehmen sollen. Das ist ja furchtbar. Ich habe Angst. Okay, dann mach mal. Zorn. Der Bär war rasant und er hat gottseitig einen Stärkebonus. Nee. Mal bewältigen. Okay. Dann... ...versuchen wir mal... ...das hier bei ihm, damit er mal aufhört, die zu hauen hier. Sehr gut. So. Der Magier ist schon mal weg. Zephran! Es tut mir leid, dass ich hier so viel pausiere, aber irgendwie ist das echt gerade ein bisschen stressig. Jetzt findest du dein Gännis! Äh? Achso, der... ...der Kopf ist explodiert. Das passiert halt manchmal. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Das passiert manchmal. So. Ähm... Du kannst mal das machen, bitte. Oh, jetzt wird wieder gekemmt! So. Und dann, äh... ...mach mal sowas. Und... ...du... ...gähst mal bitte dahin... ...und du gehst bitte hier so hin. Dann los! Wo soll ich zuschlagen? Danke! So, reicht schon. Äh... Da! Da! Da hin! Du kannst nicht gewinnen! Ah! Da hin! 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 hat die okay aber 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 wird erledigt okay mal eben ob wer verletzt ist moment du schon wieder was soll denn das dachte du wirst hier so der typ weißt du der typ der alle fertig macht und dann schlägst du andauer nur am boden rum was soll denn das so was haben wir denn hier wenn bei dir brennt irgendwie so ein bisschen hier ist so gar nichts ist noch ein zimmer aber den oberes gefängnis okay da geht es rein ja warte mal kommen wir noch mal eben auf die karte oberes gefängnis na gut dann gehen wir mal dadurch